Hi Freunde! Willkommen in der Strudelhöhle! Weil's so viel Spaß macht, hier sich durchzumanövrieren und wir alle sowieso jeden Tag mit guter Laune zur Arbeit gehen, verprügeln wir jetzt Lugia. Lugia, Level 40, so. Jetzt gibt's auch Fresse. Jetzt gibt's auch Fresse, aber richtig. Aber derbe, pass auf, hier, zack. Ja, legendär, oh, ein Volltreffer kriegt er ab. Oh, da tut mir aber leid, oh, ein Volltreffer, uuuuh. Die Attacke ist sehr effektiv, dafür macht's aber wenig Schaden. Na, dann wechseln wir mal, pass mal auf. Der kriegt jetzt, der kriegt, der kriegt jetzt definitiv was aufs Maul. Es, hat ja kein Geschlecht. Es, es kriegt was aufs Maul. Genesung, das machst du nicht. Das machst du nicht. Okay, machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal ganz Wallantige. So. Ja. Ja, wir sind gerade so ein bisschen auf Augenhöhe. Zack, Psychokinese. Boah. Wie jetzt nicht effektiv. Natürlich ist das effektiv, das ist super. Damit kriegt man dich kaputt. Nicht effektiv. Also wirklich. So. Bodyguard, was auch immer das bringen. Wird verschleiert. Das interessiert mich nicht. Ich glaube, ich will das gar nicht fangen. Ich will das einfach nur töten. Mit seiner Hackfresse da. Ich finde, der hat eine totale Hackfresse. Guckt euch den mal an. Ein Windstoß. Natürlich trifft das auch in der Luft. Das finde ich super. Das haben die gut gemacht. Das ist meiner Meinung nach endlich mal logisch. So. Flieg und Sieg. Nochmal Bodyguard. Aha. So. Schnabel. Ach. Habt ihr nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen. So, können wir das machen. Was ist denn jetzt los mit dir? Luftstoß. Bodyguard schwindet. Ja, dann können wir dich jetzt fangen. Pass auf. Kriegt das eigentlich hin? Ohne, dass er schläft? Stimmt. Bleibt da doch drin, du Mistvieh. Wisst ihr, was ich jetzt einfach mal mache? So. Pass mal auf. Oh. 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 Oh, nee. Oh, warte. Oh, guck mal hier. Oh, nein. Oh, verdammt. Oh, wir haben Lugia gefangen. Das ist ja super schön. Habt ihr nicht gesehen. Na ja, wundervoll. Für Lugia wird ein neuer Eintrag im Pokédex eingelegt. Lugia ist ein Taucher. 5,2 Meter groß. 216 Kilo schwer. Und man berichtet, es sei der Wächter der Meere. Und man habe es im Herzen eines tosenden Sturmes gesehen. Möchtest du Lugia einen Spitznamen geben? Ja. Lugia. Äh. So. Bitteschön. Raus hier. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. So. Das hätten wir geschafft. Diese Arschloch-Inseln wären damit erledigt. Hier gehe ich auch nie wieder hin. Das habe ich auch nur gemacht, weil alle Leute wollten, dass ich hier ein paar legendäre Pokémon fange. Ja. Aber ich finde, die sind den Aufwand hier echt nicht wert. Die können doch nichts. Scheiß Lugia. Arctos, Zapdos und Labbados machen Stunk und dann kommt Lugia. Ich habe den Kilo-Film auch gesehen. Den fand ich doof. So. Schutz wirkt nicht mehr. Jetzt können uns hier im Pokémon-Center ganz viele wilde Pokémon angreifen. Ja. Das ist mir aber relativ Wumpe. Weil. Aus dem einfachen Grund, weil ich einfach nur gut bin. So. Zieh's mal. Okay. Das hätten wir geschafft. Aber, das, dem ist gerade nicht genug. Wir gehen jetzt hier lang. Moin. Er lässt uns jetzt hier durch. Wenn du nicht im Besitz des Ordens von Teak City bist, darfst du den Zinturm nicht betreten. Ah, das ist der Orden von Teak City. Du darfst passieren. Ja, natürlich darf ich das. Ich bin der Champion. Ich darf überall hin. Ich darf auch kostenlos Bahn fahren. Obwohl die das nicht meinen hier. Das fand ich unfair, dass ich hier nicht Bahn fahren darf. Ich muss erst so ein Mädchen ihre Puppe wiedergeben. Tolle Wurst. Zinturm. Man sagt, ein legendäres Pokémon soll dort sein. Ja. So. Hier wird's schon ein bisschen heftiger. Habe ich eigentlich die Buntschwinge mit? Ja, ne? So. Was ist denn hier so? Silberflügel und Buntschwinge. Mystische Regenbogenfeder. Eine seltsame silberne Feder. Warum habe ich Lugia Concordia genannt? Kennt ihr noch die Costa Concordia? Dieses Schiff? Ja, da kommt das her. Wegen dem ganzen Chaos hier in den Welten. In den Wellen. Ja, deswegen habe ich das gemacht. Aus keinem anderen Grund. So. Check, check. Check. Ah, ein Pokémon-Kampf. Hey, welches megastarke Pokémon will sich denn jetzt nochmal uns in den Weg stellen hier? Ein Radfratz. Ich habe es oft gesagt und ich sage es an dieser Stelle wieder. Pokémon Silber und Gold ist meiner Meinung nach das Schlechteste, was die Pokémon-Entwickler jemals gemacht haben. Gerade wegen sowas. Da sind solche Spirenzien drin, die den Spielfluss ungemein stören und die in meinen Augen absolut keinen Sinn haben. Wie zum Beispiel das da gerade bei diesen Inseln. Oder... Ja, ich habe mich teilweise auch dämlich angestellt, dass man überall irgendwelche VMs mitnehmen muss. Das ist ja noch schlimmer bei Diamant und Perl gewesen. Okay, das war ja gar kein Vergleich. Aber... Das Balancing hier mit den Pokémon, das ist... Das ist einfach nur Kecke. Die kommen hier mit Level 20 Pokémon und wenn ich jetzt gleich ganz oben bin, kommt da so ein legendäres Pokémon auf Level 70 und beißt mir die Federn vom Arsch. Ja, was soll das denn? Ein Sonderbonschen. Yes. Her damit. So. Ach, hier geht es wieder runter. Und hier ist was? Ein super Trank. Hoi, 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 hoi. Okay. Hier geht es auch wieder rauf. Ah, versuchen wir es mal. Ne. Hier geht es nur runter. Okay, dann müssen wir wieder nach oben legen. Hm. Äh. So. Dann schmeißen wir gleich mal einen Schutz hinterher. Ich lasse mich hier auf gar keine Diskussion ein. Ich möchte das hier zu einem guten Abschluss bringen. So. Zack. Okay. Rechts, rechts. Wo bin ich denn gerade lang? Ne, ich muss mal nach rechts. So. Hier runter, runter, runter. Links, links. Äh. Ach, da müssen wir bestimmt hin. Hä. So. Zack, 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 zack. Sind wir schon wieder hier. Ja. E, D, 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 D. Genau. Dahin wollte ich. Ja. Die Ebene hätten wir auch wieder geschafft. Ja. Sowas mag ich eigentlich. Solche irgendwo hinspringen Rätsel, wo du vorher nicht weißt, wo du lang musst. Was ist das hier? Kann ich da nicht... Nein, Mütze. Du darfst hier nicht mit dem Fahrrad über die Hölzer fahren. Macht man nicht. Ach, und jetzt auch noch mit teleportieren? Hui. Hui. Boing, boing, boing. Äh. Hui. Was ist denn das? Top-Elixier, das nehmen wir doch gerne mal mit. So. Ach, Arno. Du, rat mal, wo ich gerade bin. Dein Tauboga sieht toll aus. Ja, das ist schön. Und er hat ein Ultrigaria besiegt mit einem Tauboga. Das ist eine richtige Heldenleistung. Ja, ich bin begeistert. So. Ja, Arno. Wir treffen uns nächste Woche wieder, wie immer. Nugget. Nö, brauche ich nicht. So. Äh. Äh. Wupp. 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 Hm. Wie sieht es denn hier oben aus? Ja, dann gehen wir mal hier wieder hin. Ja, das war von vornherein schon falsch. Aber wir haben ein paar schöne Sachen mitgenommen. Das ist auch schon mal viel wert. Was ist das? Top-Beleber. Boah, kein Mensch. So. Äh. War ich hier schon? Wollen wir da lang? Ne, das ist kulturelles Neuland für mich. So. Hier sind ein paar Statuen. Das ist schon mal richtig schön. Okay. Was ist denn, wenn man hier weitergeht? Ah, guck mal hier. Top-Genesung. Hey, hätte ich das nicht gemacht. Da hätte ich mich bestimmt geärgert. Oder ich hätte es einfach nicht gewusst. Ja. Das Glück ist mit den Dummen teilweise. Na? Bist du der Endgegner hier? Du bist der Endgegner hier. Das fand ich hier in Herz, Gold und Soul, Silver besser gemacht. Beziehungsweise richtig gut gelungen. Die haben das hier richtig geil inszeniert. Also ich hab bisher nur Hard Gold gespielt. Und Soul, Silver noch nicht. Aber das war richtig schön. Dekadent. Ja, versuch doch. Versuch doch. Versuch doch. Für Ho-Oh wird ein neuer Eintrag im Pogodex angelegt. Ho-Oh ist ein Regenbogen. 3,8 Meter großen. 199 Kilo schwer. Und sein Körper soll in sieben Farben leuchten. Im Flug zieht es einen Regenbogen hinter sich her. Ein Regenbogen. Ja, na dann. Ne. Ich weiß es. Wird wahrscheinlich keiner von euch verstehen. Also keiner, der die Simpsons Folge gesehen hat. Bart, ich zeige dir heute, wie ehrliche amerikanische Männer ihr Geld verdienen. Wie heißen Sie, guter Mann? Roscoe. Roscoe leitet dir die Fabrik. Ja, googelt das einfach mal. Oder im schwulen Stahlwerk. Das ist super. Das ist einer meiner Lieblingsmomente bei Simpsons. So. Dö, 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 dö. Ja, dann würde ich sagen, wir haben hier die Legendären in einem Part alle beide gefangen. Hehe. Ja, das ist meine Rache an die Pokémon-Welt. Jetzt lasse ich sie beide frei oder fütter die mit irgendwas, was nicht gut für die ist. Sowas wie Malzbier oder sowas. Kriegen die jeden Tag eine Flasche Malzbier. Mehr nicht. Dann werden sie fett. Fett wie Hund. So. Den brauche ich denn für euch nicht mehr. Pornostar. Du hast gute Dienste geleistet. Ich würde dich gerne malen, aber ich darf nicht. Sichlor. Sturwasser. Du kommst jetzt auch weg. Und ich nehme mit. Äh, Plexdorn. Und? Na, 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 na. Wo bist du denn? Wo bist du denn, meine Dicke? Die Elke. Die fette Elke. Ja, die fette Elke kommt auch noch mit. So. Und jetzt würde ich sagen, schön zum Abschluss dieses Parts verlasse ich Yoto und fahre eine Runde Zug. Guten Tag. Wir werden in Kürze nach Saffronia City abreisen. Kommst du mit? Natürlich komme ich mit. Und hier ist mein Fahrschein. Den habe ich mir ehrlich verdient. Den habe ich einer Frau geklaut. Ach, ich freue mich wieder hier zu sein. Kanto ist so viel schöner als Yoto. Ja, hier ist es wirklich wundervoll. Hier gibt es keine böse Nachbarn. Keine üble Nachrede. Wieso habe ich Resetti noch im Team? Wieso habe ich Resetti noch im Team? Wieso? Resetti. Warum bist du noch dabei? Resetti, ich will dich nicht. Geh weg. Ach ja, Höfelz war ja auf einem anderen. Ah. Deswegen. Wahrscheinlich. So. Resetti. Weg mit dir. Tschüss. Hä, 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 Hä. So. Ja. Ja, dieses Spiel macht mich langsam bekloppt. Habe ich die Box jetzt gewechselt? Nein, natürlich nicht. Wir machen... Das fahre ich jetzt aus. So schön. Speichern. Der speichert gar nicht wirklich. Der speichert nicht. Der tut hier nur so. Das ist eine Edition auf dem Computer. Ja, natürlich gibt es hier eine digitale Ausleihungsdatei der Speicherstände, aber der braucht dafür bestimmt nicht so lange. So. Hallo. Ich habe rote Haare. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das mache ich doch gerne, junge Frau. Immer wieder, immer wieder gern. Hey. So. Und im nächsten Part bin ich wieder gut gelaunt und freue mich auf eine neue Herausforderung, nämlich der Kampf gegen Pfanne. Hey. Super. Wunderschön. Hä. Bis dann, Freunde. Macht's gut.